Dein Chef ist böse, böse, böse. Wie du deine Mitarbeiter zufrieden machst. Gib ihnen Homeoffice, gib ihnen Firmenwagen, gib ihnen viel Geld, gib ihnen ein schönes Büro, coole Sachen. Ich kann auch erklären, warum. Wer macht dich glücklich? Nicht was macht dich glücklich, wer macht dich glücklich? Deine Kinder, dein Mann, deine Frau, dein Chef, deine Kunden. Wer macht dich glücklich? Es macht dich keiner glücklich. Du machst dich selber glücklich. Du machst dich selber zufrieden, du machst dich selber glücklich. Weil das ist ein Mindset. In dem Moment, wo du dich davon abhängig machst, dass andere dich glücklich machen sollen, gibst du die komplette Verantwortung ab. Und das wird nicht funktionieren. Nur du kannst dich selber glücklich machen und zufrieden machen. Und nicht andere im Außen. Warum ist das wichtig? Ich habe eine Anzeige gesehen. Success Magazine. Coole Sache. Habe ich abonniert bei Facebook. Da geht es um das ganze Thema Remote Work und Homeoffice. Und viele wollen zu Hause bleiben und wollen nicht mehr ins Büro. Und manche sagen, ich will nur noch wenige Tage ins Büro und den Rest will ich von zu Hause arbeiten und so immer. Unter dem Artikel steht unten drunter, wie du deine Mitarbeiter zuerst zufrieden machst. Die Kernbotschaft ist, die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter hat Priorität. Du musst deine Mitarbeiter zufrieden machen oder glücklich machen. Und das ist Bullshit. Ich kann auch erklären, warum. Es ist Unsinn zu sagen, ich muss meine Mitarbeiter glücklich machen. Du kannst deine Mitarbeiter nicht glücklich machen. Deine Mitarbeiter müssen selber sich entscheiden, glücklich zu sein. Oder zufrieden zu sein. Okay. Ich habe die Antwort auf dieses Thema hier gefunden. Fredmund Malik, Führen, Leisten, Leben. Ich finde das mit Abstand beste, weltweit beste Führungsbuch. Also wenn du Führungskraft bist, Fredmund Malik lesen. Ich habe das Buch vor 20 Jahren das erste Mal gelesen. Und das ist schon die aktuelle Auflage. Mega, mega gut. Da gibt es auf Seite 44, Kapitel 2, gibt es einen Bereich, der nennt sich Ihre Lehren, Irrtümer und Missverständnisse. In seiner extremsten Ausprägung unterstellt dieser Ansatz, der Ansatz heißt Persuade of Happiness Approach, dass der Hauptzweck von Organisationen, besonders der Wirtschaftsunternehmen, darin bestehe, die für sie arbeitenden Menschen zufrieden zu machen und wenn möglich sogar glücklich. In seinen schwächeren, maßvolleren Spielarten hat der Pursuit of Happiness Approach aber die meisten Managementbereiche infiltriert und prägt sie wesentlich. Diese Denkweise hat viele Wurzeln. Ihre stärkste liegt in der Meinung, der Staat oder die Gesellschaft seien für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich. Eine der dominierenden Ideen des 20. Jahrhunderts und auch ein Jahrhundert Irrtum. Der Ansatz verhindert sich an vielen Stellen mit den Wohlfühl, Befindlichkeits-, Betroffenheits- und Selbstverwirklichungsströmungen in ihrer ganzen offensichtlich unerschöpflichen und unerfindlichen Ausformvielfalt, sei es Esoterik, New Age oder Schamanentum. Also es ist ein bisschen komplizierter geschrieben. Muss man vielleicht auch zwei- oder dreimal lesen, um es richtig zu verstehen. Aber es ist extrem wertvoll. So, ich überspringe mal ein bisschen. Die Grundthese lautet, mache die Menschen zufrieden und dann werden sie leisten. Mache die Menschen zufrieden, also gib ihnen Homeoffice, gib ihnen einen Firmenwagen, gib ihnen viel Geld, gib ihnen eine Kantine kostenlos, gib ihnen ein schönes Büro. Mach die Menschen zufrieden und dann werden sie leisten. Okay? Diese Grundthese ist noch immer da und daher werden weiterhin regelmäßig Zufriedenheitsuntersuchungen durchgeführt. Zufriedenheitsuntersuchungen innerhalb der Mitarbeiter. Neuerdings versucht man im Personalwesen Führungsgrundsätze zu finden, die auch die Generation Y zufrieden machen soll. Der Ansatz ist immer, du bist nur dann erfolgreich als Unternehmer, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast. Also musst du ganz viel dafür tun, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Okay? Das Irrige an der Lehre ist nicht, dass Menschen Zufriedenheit erlangen sollen, sondern der Irrtum ist erstens, dass nicht der Einzelne selbst, sondern andere als dafür zuständig und verantwortlich angesehen werden. Nämlich Organisationen, Unternehmen, letztlich wie erwähnt Staat und Gesellschaft. Nochmal, keiner kann dich glücklich machen. Keiner kann dich zufrieden machen. Das kannst du nur selber. Der zweite Irrtum ist die Meinung, dass Zufriedenheit zuerst zu schaffen sei und dann erst Leistung erwartet werden könne. Also erst mal viel Geld, schönes Arbeitsumfeld, Homeoffice bei Bedarf, Firmenwagen und dann kann ich Leistung erwarten. Vielleicht, eventuell. Der nächste Ansatz geht dann weiter auf Seite 46. Alle Versuche, Einzweckorganisationen in Multizweckorganisationen zu verwandeln, sind letztendlich gescheitert. Der Ansatz übersieht, dass unsere Organisationen schlicht überfordert wären, wollten sie Menschen zufrieden und glücklich machen. Sie können es gar nicht. Jede Organisation ist für einen bestimmten spezifischen Zweck etabliert worden. Und sie ist auf diesem Zweck hin gestaltet und ausgerichtet. Der Zweck eines Industrieunternehmens mag es sein, Autos herzustellen oder Zahnpasta oder Bekleidung oder Bankdienstleistungen oder eine Versicherung zu offerieren. Der Zweck eines Krankenhauses ist es, Menschen zu heilen und der Zweck einer Schule, Menschen auszubilden. Was ist der Zweck deines Unternehmens? Der Zweck deines Unternehmens ist es nicht, Mitarbeiter glücklich zu machen, sondern dass du den Kunden da draußen einen Mehrwert bietest. Und deswegen, alle Organisationen sind Einzweckorganisationen und Multizweckorganisationen scheitern. Ein dritter Aspekt ist, dass man Gefahr läuft, eine Alternative völlig zu übersehen, wenn man auf die Arbeitszufriedenheitslehre fixiert ist, nämlich ihre Umkehrung. Die Umkehrung ist, gibt Menschen die Möglichkeit, eine Leistung zu erbringen und viele, wenn auch nicht alle, werden ein bemerkenswertes Maß an Zufriedenheit erlangen. Aus meiner Sicht ist es der falsche Ansatz, alles rund um die Mitarbeiter zu bauen. Bei Amazon können wir lernen, Jeff Bezos hat das damals eingeführt, wenn es ein Meeting bei Amazon gibt, dann gibt es immer einen leeren Stuhl. Und dieser leere Stuhl steht für die Bedürfnisse der Kunden. In jedem Meeting ist dieser Stuhl, was würden die Kunden sagen? Zahlt das, was wir gerade besprechen, auf die Kunden ein? Warum ist Amazon so wertvoll? Warum kaufen wir bei Amazon? Weil wir dort als Kunden einen riesen Mehrwert bekommen. Amazon ist nicht um die Mitarbeiter rum gebaut. Der Selbstzweck ist nicht, dass die Amazon-Mitarbeiter glücklich sind, sondern der Zweck ist, dass die Kunden von Amazon happy sind. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich weiß, der Gedanke ist jetzt nicht zu Ende gedacht, aber in dieser ganzen Diskussion, die wir gerade haben, rund um Elon Musk, der sagt, entweder du arbeitest bei uns im Büro oder wir gehen davon aus, wenn du nicht ins Büro kommst, hast du das Unternehmen verlassen. Der seinen Mitarbeitern sagt, entweder du kommst zu uns ins Büro oder du bist raus. Und jetzt die ganzen deutschen Journalisten, Journalist, Elon Musk hat Unternehmen aufgebaut. Elon Musk gibt 110.000 Menschen bei Tesla einen Job, plus Basics und so weiter. Und dann kommen Journalisten, die in der Regel in ihrem Leben noch nicht einmal Personalverantwortung getragen haben und auch keine unternehmerische Verantwortung getragen haben, kommen und kritisieren und sagen, böse, böse, böse. Das ist alte Denke. Modern ist, alle im Homeoffice arbeiten. Es gibt Gründe, warum Homeoffice an Grenzen stößt. So, den Gedanken wollte ich mit dir teilen, der ist mir extrem wichtig. Und wenn du wissen möchtest, was ich über Homeoffice denke, findest du hier das entsprechende Video. Und wenn du wissen willst, wie ich Führung definiere, findest du hier den entsprechenden Online-Kurs.